Mein Name ist Werner Buchmann, ich bin TV-Rektor am BZWU und leite die Weiterbildung. In meinem Aufgabenbereich ist auch die Verantwortung für den Lehrgang Technische Kaufleute, die wir bei uns am BZWU erfolgreich durchführen. Die Zielgruppe des Lehrgangs sind technisch ausgebildete Personen, die sich weiterentwickeln wollen. Die können sich weiterentwickeln Richtung Verkauf, Richtung Einkauf. Vor allem kommen dann eine betriebswirtschaftlich fundierte Ausbildung über, wo sie nachher auch allenfalls ins Büro wechseln können. Wir haben viele Kandidatinnen und Kandidaten, die den Change auf dem Büro suchen. Die Zulassungsbedingungen sind klar, die orientieren sich am eidgenössischen Abschluss. Sie müssen eine technische Grundbildung haben. Z.B. jemand, der es kaufmännisch hat, kann technische Kauffrau oder technischen Kaufmann nicht machen. Beispiel im Baubereich, wenn jemand Maurer lehrt. Dann gibt es vielfach im Bau- und Nebengewerbe, wo man so Zulieferungen macht. Also das ist dann Verkauf, wo man Abdeckungen, Hausfassaden, so gehen verkaufen. Und das sind vielfach technische Kaufleute, die eine betriebswirtschaftlich fundierte Ausbildung bekommen haben, die sich nachher dann im Verkauf weiterbilden. Ein anderes Beispiel ist Einkauf. Wenn jemand vielleicht Produktionsmitarbeiterin oder Mitarbeiter war, der sich dann im Einkauf positionieren will, auch dort kommt man mit dem technischen Kaufmann in diese Position ein. Das sind alles Möglichkeiten. Lerninhalte sind vielfältig. Also das Basierende ist auf dem Fachbereich Finanzen. Also dort werden sie fundiert. Über 120 Lektionen in unserer Ausbildung werden in diesem Bereich ausgebildet. Dann sicher auch im Bereich Führung kommt man fundierte Ausbildung über. Dann die ganzen ökonomischen Zusammenhänge, also Volkswirtschaft. Dann aber auch Produktionsmanagement. Also man hat dort auch über 60 Lektionen Produktionsmanagement. Und Präsentation, sich verkaufen auch, ist sicher das Thema aber fundiert. Betriebswirtschaftliche Basis. Dann auch Vertrags- und Rechtslehre, sehr, sehr wichtig. Wo man nachher auch so weit kommt, dass man eigentlich selber eine Firma gründen kann und kompetent ist, um auch die nicht notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu wissen. Das ist sehr, sehr wichtig im technischen Kaufmann. Wir haben in diesem Lehrgang ein Zwei-Stufen-Modell. Nach zwei Semester schliessen unsere technischen Kaufleute mit dem höheren Wirtschaftsdiplom edupul.ch ab. Das ist ein erster, noch nicht ganz eidgenössischer Abschluss, aber nach zu eidgenössisch und in der Wirtschaft sehr anerkannt. Also, Sie machen zwei Abschlüsse in einem Lehrgang. Das ist ein erster, noch nicht ganz eid. Das ist ein erster, noch nicht ganz eid. Das ist ein erster, noch nicht ganz eid.